Ja, ich bin Sörensen. Ihr könnt mich Sörensen nennen. Na, wer bist du denn? Das ist Sörensen, mein neuer Boss. Sörensen. Sörensen? Sörensen. Ich kann Sörensen sagen. Sörensen! Sörensen. Ja, fasst so aus, als hätten Sie auf mich gewartet. Nee, ich habe hier nur die Hecke gestutzt. Provinz-Arschlöcher hier. Spinner. Ich bin Vegetarier und gerade ganz kurz davor, pro-vegan zu werden. Damit haben Sie die ganze Stadt gegen sich. Was heißt denn hier Stadt, ein Dorf ist? Was wollen Sie denn dann hier, wenn das doch hier so ein Dorf ist? Meine Ruhe will ich in einem Dorf. Meine Ruhe in einem Dorf will ich. Kriminalhauptkommissar Sörensen, kein Grund nervös zu werden. Ich bin nicht nervös. Ich schon. Wäre ganz gut, wenn Sie sich mal ein bisschen erkundigen, bevor Sie neuen Job antreten, Herr Sörensen. Bist du wirklich Polizist? Ja. Wieso? Brauchst du einen? Aber hierher! Aber ganz schnell, du! Ich glaube, mir wird schlecht. Also, wenn sie sehen können. Ich gehe nicht. Ihr meldet ihr Worm популярieren好呢. Vielen Dank.